Ja, und dann von hinten einfach die ganze Zeit auf der Lake zu nerven. Haha, gut, ach ja geil. Ich komm da, also was du gerade meintest, auf Reichweite mehr Schaden. Ich komm da einfach überhaupt nicht drauf klar, also ich kann das überhaupt nicht koordinieren. Aber du machst das, oder? Ja, also ich hab dann die Skillung einfach ausprobiert, dass du halt nur darauf gehst. Aber mir ist es zudem nicht, wenn du an zwei Orten gleichzeitig im Prinzip koordinieren musst. Ja, du guckst quasi, wenn bei dir quasi die Wave kurz vorm Ausgang vom Keep ist, dann wirfst du deinen Ball genau auf die Wall vom Keep, triffst damit die Wave und gleich die Wall. Ja, aber soviel hab ich da auch nie drüber nachgedacht, als ich die denn mal ausprobiert habe. Ja, ich hab den ja auch noch nur in der Free-to-Play-Links ist der einzige Held, der mir fehlt, der Asmodan. Asmodrunk! Jetzt kannst du dich ein bisschen in Leute töten üben, bei den Gegnern. Ja, super. So ein lustiges Spiel. Eigentlich können wir das unter 15 Minuten schaffen. Wissen wir. Im Endgame brauchen wir keine Chance. Okay, fertig! Bekommst du dich für die Battle Heroes! Schöne ein Talent! Determine effizienter Route. Ist egal worauf ich bei eins gehe. Ich würde hier auf die Nester gehen tatsächlich. Ja, ne? Ja. Das dem er schaden macht. 10 Sekunden! Alles andere machen wir im Moment wirklich Sinn hier. Ja, ihr macht's aber wirklich egal. Was macht keinen Sinn? Also Taktik ist hier für die mit Scheiß, aber... Pssst! Pssst! Pssst. Dautog. Zweifelst du etwa den Masterplan an? I Beauty. Das brauchst du noch nicht. Ist der nebel tomba.... Der denkt er ist Jewra eher... Aber hier fortsetzte Nope. Oh, die hat Nuova. Ja. Ja, oder? Also, der vom höchsten Level her ist Quadrainer. Ja, der wird 29. Äh, ja. Wir brauchen die Taktik nicht, weil wir das schon ohne einen landen. Wir haben einen Panda. Ja, wir können die reinlocken. Ja, nehm mal weg, du blockst mich. Du bist geschlagen. Your spirit is strong, Mordor. You possess a stone. We are so special. Der Uta denkt sich auch, what the fuck. Sollte. Ich weiß nicht, ich stehe hier einfach und mach's kaputt. Ich komme weg, Warnung. Komm, was. Pfff. GG, easy. Oh, die sind weg. Ja. Global range, ne? Ja. Die sind schneller als wir. Warum? Ja, das müssen wir machen. Sondern wenn wir den Map nicht spielen, dann verlieren wir auf. Warum müssen wir das machen? Ja, weil die auch gerade immer den Unsterblichsten verlieren. Ja, der Unsterblichste ist halt toll für den Arsch. Nein! Steckst du? Ich krieg maximal gerade die Wall weg. Oberstar. Ja, da brauche ich gleich weiterzumachen jetzt. Wenn ihr keiner mitmacht, dann ist das... Das ist für ein Arsch. Ja. Ja. Ja, ich weiß, es wäre einfach. Destination? Confirmed. Ich habe ihn mit ihm geflogen. Das ist hier. Hurry, mortals! I move for the gates of heaven! Valiant ain't done all the rules, but that was not enough to kill a demon lord! The whores of hell have no place here! Let's go! Let's go! Mehr gekostet als wir uns. Du hast es vorher ja. Das war's für mich. Das war's für mich. The angels smile. Sequences poorly designed can improve. I must take up a new position. Gesehen? Ja, bringt nur nix, weil du eine Korne direkt angreifen kannst. Bist du bereit? Er hat schon platziert. Hast du platziert? Ah da, alles klar. Okay, also ich bin da. So, ich bin da. Kannst du das Ding? Ich bin da raus, komm. Auf! Womit? Ah ja, ich hab noch nicht wieder da gestiegen. Ja, alles drauf, alles drauf drauf. Einfach alles drauf drauf. Einfach alles drauf drauf. Einfach alles drauf drauf, Ding. Oh, ich hab dann noch wieder. Ich hab halbfutler gemacht. Die checken vielleicht nicht. Nee, die checken das auch so gar nicht. Die Minions in hell haben... Sie haben zergache in der Base. Oh boi! Oh boi! Hashtag Wurz. Ich hab beschreib' ihn nur Ulti mehr. Oh! Kommt da dann hin. Ulti ist bereit. Dann setzt er jetzt hier oben irgendwo nach oben links. Also ich bin ja hier oben um die Ecke, ne? Wir haben gestoppt. Ach so, da hin. Ich weiß nicht was so gut ist, aber... So, ich geh' unten rein. Oben rein und los. Ich hab ja unten ein bisschen Stress, dass die auch ein bisschen Spaß haben. Ja, das ist mein Leben. Hier ist jetzt krass. Mensch, wir sind ja schon da. Wir sind ja auch schon da. Was ist das für ein Scheiß? Wir sind ja auch schon da. Wir sind ja auch schon da. Was ist das für ein Scheiß? Oh! Machen wir mal ab, oder? Eigentlich können wir die alle töten. Nicht meinen, oder? Ja, doch. Ich komm hier unten mit meiner Höllenarmee und bin schon am Korb. Ach, du bist am Korb? Ja, ich bin mal mitgebracht. Wir schaffen das und doch viel zu mäßig und begeistert. Ah, jetzt sterb ich. Oh, das Schild ist schon perfekt. Aber rein! Guck mal, die sind noch alle halb? Genau, ey. Zwei Heile. Ja klar, ich hab's gut. Für die Wache! Guck mal, ich hab dich vorbei. Nein! Nein, die Bitch hat überlebt. Ist er da? Gut, dann macht unseren Unsterblichen live. Mach das Wasser-Cut. Ja. Mach nochmal Bällchen mit. Der ist so nützlos wie ein Korb. Wenn der doch einfach vorreist ist. Wir brauchen die Backdoor und gleich die Base, okay. Ja. Ihr Backdoor, wir machen jetzt die Worte. Wer macht den hier unten hin? Ja, der geht ja eh auf die schwachen Lanes. Er ist gesehen. Er ist gesehen ja. Ready. Steady. Warte ich geh rein. Ich bin bestrumped. Voll gut. Und ab zur Tür! Mori rauf! Hahahaha Hahahaha Lehn hier halt jetzt die Kettchen Verschalten Weil das ist fast komplett in dem Motto gegen sich Weil sie das nur da nicht in dem Motto Die macht das Heisting einfach Hahahaha 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 Victory through righteousness Determining efficient route Hahahaha So ich bin in 16 Sekunden mehr Bis dahin steht das Ding nicht mehr Wir beeilen uns doch klar So schnell ist der Unsterblichen nicht Da gibt der Stich Unsterblichen wir gehen einfach alle oben durch Was bleibt denn? 3, 2, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 5 5 5 6 5